Staatspreis Erwachsenenbildung 2017, nominiert in der Kategorie Qualitätsentwicklung Frauenstiftung Steier, Verein Frauenarbeit Steier mit Qualitätsentwicklung bei der Validierung informell und nicht formal erworbener Kompetenzen. In Ergänzung zu der seit 2012 bestehenden ÖZERT-Zertifizierung hat die Frauenstiftung Steier zur weiteren Qualitätsentwicklung bei der Validierung informell und nicht formal erworbener Kompetenzen ein transnationales Peer-Review-Verfahren gewählt. Validierung ist ein europaweit aktuelles Thema bei der Umsetzung einer neuen Lernkultur, die durch Kompetenzorientierung und eine stärkere Autonomie der Lernenden gekennzeichnet ist. Umso wichtiger ist das Vertrauen in die Ergebnisse von Validierungsprozessen. Das Peer-Review-Verfahren bietet eine innovative, qualitätsgesicherte Vorgangsweise und bietet Unterstützung durch ein Manual, Checklisten, Schulungsangebote und Mentoring. Die Einbeziehung von internationalen Fachleuten als Peers fördert die Sicht auf Entwicklungen und Best-Practice-Beispiele jenseits des nationalen Rahmens. Die Einbeziehung von Teilnehmerinnen und Stakeholdern in den Peer-Review-Prozess wiederum eröffnet neue Perspektiven auf Programmentwicklung, Strukturen und Angebote. Die Ergebnisse und Empfehlungen liegen in einem Peer-Review-Report vor, wirken auf das Qualitätsmanagementsystem zurück und liefern Anregungen für die Weiterentwicklung.